jo leute was geht willkommen zurück zu diesem erneuten video heute wieder auf unserer zweiten minecraft was geht leute wie ihr seht habe ich im hintergrund schon ein haus gebaut leute ja und zwar habe ich das gestern noch auf cam gemacht weil ich mir dachte ach komm ich mache mir immer so schönes gemütliches häuschen hin damit ich speichern kann dann habe ich gespeichert ich habe hier ein paar kartoffeln gebraten meine sachen sind natürlich hier geblieben wie gesagt und ja also hier vorne ist halt das feld ja wir haben hier schön das leute wundert euch nicht es wird jetzt sehr krasse projekte geben als nächstes projekt habe ich mir überlegt mache ich sogar grand theft auto ja leute natürlich könnt ihr mir jetzt am ende des videos werde ich rechts oben also am ende des videos werde ich am abspann natürlich ein schönes mein anderes video verlinken falls ihr das noch nicht gesehen habt könnt ihr da gerne draufklicken ja also wir waren hier drinnen hier gibt es eigentlich nichts viel außer die zwei menschens leute falls ihr den Seed wollt kann ich ihn euch mal gerne geben schreibt mal einfach in die kommentare ihr wollt ein Seed dafür vielleicht wenn ihr PS3 spielt könnt ihr den auch haben eine haarlose kreatur so ich darf das Video auf jeden Fall nicht so lange machen weil ich gestern solche Probleme hatte dass ich das Video so lange gemacht habe das war einfach nicht so gut ich möchte einfach jetzt mal so ein bisschen die Gegend zum Beispiel erkunden was es hier so gibt zum Beispiel ob es hier hinten irgendwas gibt hier gibt es nämlich gar nichts ich mir hier ich nehme ein bisschen Samtmüll vielleicht brauchen wir ich habe eigentlich geholzt woher auch immer ich das Eier und Holz jetzt habe ich glaube ich habe jetzt so einen Mauern geholzt ne ich habe ja einmal so gemacht ich hatte meine komplette Minecraft Welt ne war bestanden aus einer großen Insel ich habe alle Bäume auf diese gesamten Insel abgeholzt und ich hatte keine einzigen Bäume mehr in Minecraft das einzige was ich hatte war 10.000 Blätter so und 30.000 Kisten voller Bäume würdest du das heutzutage in so einer Minecraft Welt machen oder du brauchst das so lange weil du nicht mal wisstest wohin mit dem kompletten Holz wenn du so viel dann hast dann kannst du ja alles nur noch aus Holz bauen doppelt und dreifach verpacken und was ich nur das hier oben könnte ein Schloss hin Leute du hast ein Lama gefunden oder du hast ein Lama gefunden ich weiß alles wie ein Lama Hä geht hier das Dorf weiter oder bin ich jetzt geklappt das ist ein rotes rote Beete ein bisschen Karotten und dann auch hier ging es weiter weil hier habe ich das Haus abgebaut gestern das brauchte ich so so ich spazier das mal hier rein für die Leute die sich jetzt fragen ey geh doch mal da drüben erkunden das Ding ist das ich war da gestern erkunden ich bin 5 mal gestorben oder so weil ja eigentlich kein weil weil einfach scheiße ja auf jeden Fall Leute falls ihr es noch nicht getan habt vergesst auf jeden Fall kein Like und Abo dazu lassen und einen Kommentar weil das würde ich mich sehr supporten und dann kommt irgendwann mal bessere Qualität wie das war ich habe gesehen in meinen Aufnahmen das guck mal es wackelt zum Beispiel die Kamera wackelt die haben richtig schlechte Qualität und das Bild ist schief ja also vielleicht also bei den Vorderlandsplays wird es besser weil Leute das hier ist halt wirklich original PS3 wartet Leute wenn wir mal kurz gucken machen wir mal einen kleinen Trophäen Check guckt mal hier Trophäensammlung das lädt jetzt mal wieder 30 Sekunden 30 Stunden 25 Minuten so so wir haben 4 Trophäen 75 Minecraft also wir haben das hier was wir haben das alles wir bräuchten jetzt nur noch mal das das brauche ich schon dafür einmal das hier das ist ja halt auch das wie die Leute ne wie kriegst du jetzt solche Erfolge auf haben das ist schon nach ich kann ja nicht getötet werden ähm ich hab eh nicht so viel wenn ich jetzt wüsste wo ich jetzt hier hin und her gekommen bin ich glaube von da oder was ich bin tot ich werde mal versuchen ich glaube ich bin von da gekommen oder das ist mal ein normales Alter ich bin das halt der hat mich grad erschreckt ich dachte das ist mal ein normales Alter Fuck. Leute... Aber hier ist halt nichts, ne? Es ist nicht mehr Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tickt. Du musst an deinem Stern sein. Wenn es getötet wird, lässt es Schweinefleisch fallen. Da kann mithilfe eines Sattels geritten werden. Und ein Schaf. Jetzt bräuchte ich wissen, ich weiß alles über Schaden. Es sind Leute, die wollen weggehen. Oh, ich hab nur noch zwei Herzen. Soll ich mal schlafen? Ich geh mal schlafen. So. Ja Leute, ich möchte die Folgen einheitlich halten. Also das heißt zum Beispiel, wir sind jetzt bei sieben Minuten. Das heißt, ich mache so zehn Minuten. Und... Ja... Ich zeig euch... Jetzt erstmal... Warte... Den Seed... Ich zeig euch jetzt... Den Seed... Von dieser Welt. Ich kenne ihn selber nicht. Das ist jetzt irgendwie so ein kranker Seed sein. Mit so 20 Zeilen oder so. Ja gut Leute, das ist der Seed für alle. Hier... Da oben ist der Seed. 1... 9... 6... So... Ja Leute, mehr gibt es jetzt hier eigentlich mal nicht zu sagen. Ich wollte hier einfach mal nur kurz... Einen kleinen... Ein kleines Gequatsch machen. Denn ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Denn ich muss jetzt noch etwas im Haushalt erledigen. Ich wollte einfach nur, dass heute noch eine Folge hochkommen. Und... Ja... Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like und Navo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Äh... Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Müsste eigentlich... Aber ich glaube nicht. Und... Wir sehen uns natürlich wie immer bei der letzten Folge... Bei der letzten... Bei der nächsten Folge von... Minecraft Playstation 3 Let's Play Leute. Also... Hau da rein Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.